Jawohl, und da sind wir schon live. Guten Morgen meine Herrschaften, ich begrüße euch ganz herzlichst am Dienstag, dem, was wir heute, 19. März 2024, 9 Uhr ist und wir sagen guten Morgen aus dem Studio Donaufeld in Wien und aus dem Studio Eivestol, wie wir sagen, im Weihvieler. Guten Morgen Patrick. Guten Morgen Klaus, guten Morgen Welt, guten Morgen liebe Zuseher, guten Morgen Pablazschiste und überhaupt alle, die uns zuschauen, uns kennen, uns wohlgesonnen sind. Jawohl, jawohl. Ich habe mir das letztens gedacht, weil ich ein paar Konzerte gesehen habe auf YouTube und ich weiß nicht, wer das war. Auf jeden Fall, keine Ahnung, ich war irgendwo in einer Stadt und wusste es oft so machen, was weiß ich, in Berlin. Und jetzt kommt er auf die Bühne und schreibt, guten Morgen Berlin, oder halt guten Morgen, sagen selten beim Konzert, aber... Meistens guten Abend oder so. Genau, so irgendwas. Und ich mir das dachte, das müssten wir mal beim Taschler machen. Guten Abend, Kallenberger Dorf. Ja, das geht auch. Du musst noch begrenzter sehen, das Ganze vielleicht. Das ist ja Wien fast viel zu groß eigentlich. Aber Kallenberger, der Fluss auch nicht viel. Nein, da sind alle, die in den Abend sind, mehr Gäste als dort Einheimische sind, aber viel mehr sogar. Das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Wir begrüßen recht herzlich im Chatprogramm. Vielleicht kriegt ihr es schon mit, ich habe da jetzt meinen großen Monitor, den ich eh schon ewig habe, also einen größeren Monitor halt, habe ich da aufgestellt und mal schauen, ob mir das was bringt. Bis dato bin ich eigentlich nur eher konfus und habe keinen Platz und komme nicht aus. Aber ist ja wurscht, hauptsache man sieht mehr. Aber ich bin jetzt mehr in Augenhöhe mit der Linsen. Siehst du das? Paul Atman, so guten Morgen. Ich sehe. Guten Morgen aus München. Ich freue mich schon auf den informativ und lustigen Kaffeeplausch. Paul Atman, guten Morgen. Der Raffi ist da. Meine Buchempfehlung für heute lautet Blackout von Marc Elsberg. Ein altes Buch, eigentlich mittlerweile schon, glaube ich, schon ein paar Jahre am Bogle, aber sicher interessant. Sicher interessant. Fred Bertlmann, guten Morgen, Michael Unger, guten Morgen, Marco Schlögl, jawohl. Und die Daniel Schlögl auch, glaube ich, dein Paket geht heute auf die Reise. Wunderbar, das gefällt mir, weil, warte einmal, das ist jetzt ein Insider, aber eigentlich, das können wir aufklären. Insider insofern ja nicht, weil die Daniel Schlögl macht unter anderem herrliche Seifen, Handseifen. Und da habe ich auch mal welche Weihnachten gekriegt und das hat mir voll getaugt. Und hin und her und Seite, da ist belästigend, nicht nur wegen des guten Nussschnapses, sondern auch wegen der Saaf. Und damit ich es ein bisschen motivieren kann, schau her, das ist mein letzter Restseife. Mit dem muss ich auskommen. Ich hoffe, das Packerl kommt bald. Ich hoffe. Sonst fährst du bei mir nicht mit im Auto mehr. Naja, gut, okay, es ist ja nur die Handseife. Es muss nicht für den ganzen Körper reichen, das war halt ein bisschen eng. Aber auf jeden Fall, Daniel, ich freue mich wahnsinnig über dein Paket. Susanne Mose ist da, wunderschönen guten Morgen zum Café Tratschal, jawohl. Und auch der Magnus Sterzinger aus Tirol und wir haben auf Facebook schon einen guten Morgen Gruß aus dem Weinviertel vom Roland Sperg. Jawohl, grüß euch, guten Morgen. Das sehe ich alles nicht, das ist ein Problem. Wirklich, war ich? Ich sehe Michael Unger als erstes, dann Markus und die Daniela Schlögl, Susanne Moser und den Herrn Magnus Sterzinger. Sonst sehe ich keinen. Was natürlich die Arbeit hier nicht leichter macht, aber es wird auch so funktionieren. Ja, und vielleicht tut sich das immer so ein bisschen einpendeln. Aber ja, das ist halt immer in dem Moment, wo ein Trittprogramm aktiv ist. Die Raffi sieht halt auch nichts. Raffi, ja. Aber ganz wichtige, die du nicht siehst, kann ich dann sogar einblenden. Wenn die Post brav ist, dann ist das Paket morgen bei Patrick. Ja, Patrick. Das ist super. Wenn das morgen bei mir ist, werde ich es dir morgen mitbringen, lieber Klaus. Das war eine Geschichte. Weil morgen sehen wir uns... Natürlich, sehen wir uns, ja. Was sehen wir uns morgen? Beim Hengel Hasel Brunner in der Igler-Seegossen, weil du blendest das bereits ein. Die Blutschrammeln endlich wieder. Rock'n'Roll, Wiener Lied, Rock, Country und was uns sonst noch alles einfällt. Wenn das Leute mischkuliert, mischkulant, gemischt wird und wir auf die Bühne bringen. Mir sechs Leute. Uli Bär, Uli Winter, Toni Kribaum, Herbert Norrčeck und wir zwei. Ich freue mich immer auf das. Ich bin eh so selten eigentlich. Das ist zu selten fast. Aber es ist nicht so leicht, sechs Leute auf die Bühne zu bringen. An einem anderen Tag. Ja, das ist ja fast noch einfacher, als sechs Leute zu einer Probe zu bringen. Das ist das Schwierige. Das ist das Schwierige. Ich habe ja gesagt, wenn Uli gestern geredet, Uli, bitte, Klaus, ich und du, wir drei zusammenkommen, ist nicht das Problem. Aber sechs Leute zusammenbringen. Noch dazu wohnen wir drei relativ knapp beieinander. Der Uli ist auch im Weißviertel bei einem. Also der Klaus im 21. Wenn er da ist, das geht ja noch. Aber sechs Leute zusammenbringen, die viel beschäftigt sind, alle nämlich. Viel spielen alle. Das ist nicht so leicht. Ja, das ist ein bisschen, weil ich bin in den Rahmen verrutscht. So, jetzt stimmt er wieder. Jetzt stimmt er wieder. Ja, ja, das stimmt. Die Leute zusammenbringen, wobei auch der Wohnort nicht das Problem ist. Aber halt, wenn, gut, vielleicht maximal beim Novocheck. Weil der wohnt ja bei mir daheim, quasi in der buckligen Welt, Stickerl drüber im Burgenland. Und das ist schon ein Praterweg. Und natürlich auch ist er privat und ein bisschen eingespannt aus gesundheitlichen Gründen der Familie. Und da wird es dann noch schwieriger. Und der Uli Bär spielt natürlich wie ein Berserker im und überall. Das kann man so sagen. Und es wird wirklich schwierig. Es wird wirklich schwierig zusammenzukommen. Aber wir freuen uns umso mehr. Und es ist immerhin, kann man so sagen, das Frühlings-Opening von den Blues-Schrameln. Das erste Konzert in diesem Jahr. Und das gleich im Frühling. Beim Henkel Haselbrunner. Leihen wir da Wein. Leihen wir da hinten. Und wir spielen da beim Henkel Haselbrunner am 30. Also im August aufhin. 20. August. 20. August kann es sein, ja. Oh gut, da ist ja noch. Da ist ja noch. Da ist ja noch. Jawohl. Elisabeth Kerbel-Lutz-Nerrat ist auf Facebook mit dabei. Schönen guten Morgen, Daniela Schlöge. Was euch aber jetzt nicht abhalten soll, uns wieder mal zu besuchen. Auf jeden Fall. Au contraire, au contraire, Daniela. Weil ich muss ja auch noch meine Versprechen einlösen. Ich muss ja Blumzen vorbeibringen. Richtig. Apropos, warum es mir gestern keine mitgebrachte. Nein, weil die noch nicht fertig war. Wir haben am Samstag die Blumzen gemacht und die war ja noch heiß weggefahren. Also noch warm. Das war ja noch nicht ausgekühlt. Sie haben uns zum Auskühlen in den Kühlraum sozusagen, also in Schupfen gestellt. Und die wurde gestern erst dann von Onkel Helmut und Tante Gabi vakuumiert. Ich bin ja dort nur helfende Hand eigentlich, nicht sozusagen. Ja, verstehe, verstehe. Und die haben gestern erst vakuumiert und ich war noch nicht in Ladendorf. Da habe ich sie noch nicht angeholt. Okay, da war jetzt ungeduldig. Und das wurde auch noch wichtig. Nächste Woche haben wir eine zum Kosten. Einmalig. Auf dich freue ich mich schon. Wobei nächste Woche, das ist ja keine Woche, da geht ja gar nichts normal. Ein Blumzen ist ja gar nicht. Wieso? Naja, ein Blut, das ist so, dann wieder. Patrick, da ist es aber wirklich. Also da muss ich sofort als Kenner des Kirchenrechts, muss ich da sofort einkommen. Ja, sicher, da alles darfst du essen. Du darfst nur, Fasten bedeutet, ganz schlicht und einfach im katholischen Sinne, lediglich einmal, also ein strenger Fastentag ist nur einmal am Tage sich satt essen. Sprich, kein Freitag kannst du ja auch so essen. Du kannst ja auch so essen, einmal am Tag halt nur, nicht? Kein Freitag ist halt, das ist dann eher traditionell. Oder überhaupt freitags, grundsätzlicher Freitag soll ja eben eigentlich Fleisch nicht auf dem Speiseplan stehen. Das ist, wobei ich nicht weiß, ob das tatsächlich kirchenrechtlich ist oder einfach nur traditionell. Die muss man ja auch unterscheiden oft bei diesen Dingen. Absolut. Aber grundsätzlich heißt Fasten im katholischen Sinne, einmal am Tag darfst du dich satt essen. Du darfst also fünfmal am Tag auch was essen, aber nicht satt ist. Also du darfst, was weiß ich, ein Opfer essen, ohne Probleme dazwischen und sonst was. Ich meine, in der Logik liegt natürlich, dass du sagst, du kannst jetzt nicht jeden, weiß ich, den ganzen Tag über Mannerschnitten einfressen. Machen nicht satt, aber ist nicht im Sinne des Erfinders, sagen wir es so. Das ist aber logisch, aber kirchenrechtlich tatsächlich. Ja, völlig logisch. Und mit dem Fleisch hat das nichts tun. Es ist lediglich der Freitag und der K-Freitag ist ein Freitag. Daher hat das eher mit dem zu tun, dass es einfach ein Freitag ist und kein Fleisch am Freitag. Das ist eine Regelung, die wir uns eigentlich nie gehalten haben, auch in der Familie nicht, obwohl ein relativ katholischer Haushalt. Allerdings, was schon streng war, waren sowas wie Oschermittwoch, kein Freitag. Also da haben wir wirklich kein Fleisch gessen. Das war bei uns auch so, also bis heute noch. Bei uns auch so. Ist das, das ist so, ja. Genau. Das ist eigentlich... Aber so und so, also plunzen, das kann man komplett, das ganze Film, was in der Zeit durch ganz plunzen ist. Ich wollte das noch rausgezogen, dass man so viel die Plunzen zusammenfrisst von mir. Doch vielleicht vergisst du da drauf, wenn ich es nicht mitbringe. Nein, Scherz. Wir kennen uns beide und wir zwei kennen uns auch. In solchen Dingen bin ich the brain. Da bin ich the brain. Da packst du dich hingehen. Da packst du dich hingehen. Wenn ich lieb bin, bringe ich auch ein Stückchen Schinken mit. Na bitte schon, sei lieb, sei lieb. Das wäre gut. Das wäre in Ordnung. Du, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, Schlögl, den dich gerne mal besuchen. Und da gibt es eine Stadtführung, also mit richtigen Bewegungen und so, sagt die Daniela. Ja. Ja, wir müssen ja Athleten. Das gefällt mir, das gefällt mir. Halte, halte, es war nicht da, es war nicht da. Nein, es war nicht da, ich verstehe. Jetzt ist ein Weg dafür. Achso, jetzt bescheuert. Nein, ich habe nicht, ich habe verkehrt. Du rückst nicht verkehrt. Hauen Sie das Feuerwerk rein. Wie willst du das Feuerwerk sehen? Jawohl. Jawohl, eh. Ah, jawohl, Stadtführung. Jawohl. Sehr gut. Großartig. Ja, auf jeden Fall, das werden wir machen. Daniela, du gefreut mich. Und wie gesagt, spät, oder spätestens vielleicht verbinden wir es wirklich mit München. Schauen wir mal. Die Gelegenheit wäre günstig. Apropos München, aus Niederbayern zumindest, einen guten Morgen wünscht uns Rosita Wüstner auf Facebook. Wir sagen natürlich auch, guten Morgen, schön, dass du dabei bist. Susanne Moser, gibt es dann ein Video von der Veranstaltung morgen? Eher nicht, weil es sind immer wieder Videos gemacht worden. Das Problem ist wirklich der Ton, ganz ehrlich, weil du hast in dem Moment, was der Schlagzeug dabei ist, in der Verstärkung, wird es recht kompliziert, dass du einen brauchbaren, leimenden Ton hast. Aber es gibt Videos von morgen nicht. Es gibt online von uns eh Videos. Es gibt eh auch Videos von den Blutschrammeln, gibt es auf YouTube etliche Videos. Gibt es ja von unserer Seite auch, also auf unserer YouTube-Seite gibt es, glaube ich, auch ein paar. Aber es ist immer recht schwierig. Der Ackerl hat sogar angefragt, ob er morgen filmen soll. Wenn er nicht sagt, ne, ja, ich weiß nicht, platztechnisch ist das oft, das tut nicht so leid. Das ist vor allem beim Henkel-Haselbrunner, wenn man es genau nimmt, unmöglich irgendwo gescheit zu positionieren, ohne dass man wirklich ihm wegsteht. Weil das sind ja so Logen, die da aufgebaut haben und das ist dazwischen eh alles eng. Denkbar zu mir, so viele Filmaufnahmen bei einem Live-Konzert, denkbar ungünstigste Location. Eigentlich eh wie fast immer und überall. Bei uns ist es halt leichter, wir sind zu zweit. Da bringt es der Ackerl sogar zusammen mit diesem Ultra-Weit-Winkel-Ding, dass er uns beim Tonröschen aufnimmt. Oder sogar ein Wickel, wo die Kamera neben uns steht. Weil einfach kein Platz ist. Also es wird, auf gut Deutsch, eine lange Antwort auf eine kurze Frage, es wird sehr wahrscheinlich kein Video geben. Ich darf jemanden begrüßen, ich sehe nämlich jemanden hier sogar. Chrissy1220 ist auch da, guten Morgen. Muss ich klar ausnutzen, wenn ich jemanden hier sehe im Chat, das ist großartig, schön, ich freue mich. Na schau. Und so macht man dir Freude, was? Ich sage auch, guten Morgen, Chrissy1220. Jetzt bin ich auch von Nachrichten konsumiert, was? Jetzt bin ich auch von Nachrichten konsumiert. Man will als mündiger Bürger informiert bleiben. Ja, aber ich weiß nicht, ob da die Nachrichten das Richtige sind. War ein kleiner Seitenheb auf die Gesellschaftskritik schlechte. Patrick, wie war es gestern? Erzähl was von gestern nach der Sendung. Von gestern war es? Was hat sich getan? Gestern nach der Sendung? Ich habe gestern mehr getan, als dass mir das so gar einfällt. Was habe ich gestern gemacht? Ich habe gestern unsere normale Bürotätigkeit gemacht. Ich habe ein bisschen recherchiert bezüglich unserem Taskarm PortaCapture X8. Hat man da irgendwelche Einstellungen sprechen und so weiter. Technische Dinge erledigt, dann habe ich noch brav geübt, dann habe ich was gegessen und dann bin ich eh schon zu dir gefahren, am Abend. Beim Barbier war ich auch noch. Das habe ich auch noch dazwischen unterbracht. Du bist ja ein Wirr, wenn man so alles sagt. Was man am Tag alles machen kann, ist unglaublich eigentlich. Und am Abend auch wunderbare Pavlatschen gehabt gestern. War sehr, sehr schön gestern, war wunderbar. Ah, jetzt warst du schon wieder weg? Wirklich? Ich höre, jetzt höre ich dich wieder. Es war wieder dieses eigenartige Geräusch. Aha, naja gut, ja. Da können wir nichts machen. Ich habe schon Befürchtungen gehabt. Ja. Ist aber nichts. Nein. Gut, passt. Nein, hat alles hin. Also ich wüsste nichts. Nein, ein großartiger Tag. Großartiger Tag gestern perfekt gewesen eigentlich. So kann es eigentlich immer sein. Ja, ja. Nein, war fein. Bei mir auch. Also ich war, ich war, ich war, ich war, ich habe gearbeitet halt. Also online, nicht online, sondern ja, alles, diverse, diverse Tätigkeiten am Computer. Das ist, muss ich sagen, das macht mir einen Spaß. Aber ich merke, dass ich schon ein Problem kriege, durch die doch vermehrte Bildschirmzeit, die ich mache seit ein paar Jahren, dass das schon sich auf die Augen auswirkt. Also das ist schon was, aber was wir machen. Vielleicht kommt es gar nicht vom Bildschirm, sondern vielleicht ist das einfach wirklich eine Alterserscheinung. Naja, das wird dazugekommen, aber es ist natürlich, ja, aber Bildschirm ist allgemein einfach keine gute Geschichte und ich bin schon mehr drauf natürlich. Und da einiges gemacht, einiges da. Aber ja, wie gesagt, ich mache das auch gern und das taugt mir eh, ist sehr interessant, sehr spannend. Und, ja, und weil der Michael Unger da ist. Ja, Michael Unger, der hat dann gesagt, Klaus, da musst du dich selbst filmen beim Spielen. Das ist, das fölert noch, das waren alles nicht. Na gut, das haben wir eh schon oft genug gemacht, gell? Das haben wir oft genug schon gemacht. Eine Kamera aufgestellt, ne? Natürlich, das ist, das machen wir eh eigentlich, ja, ja, stimmt. Immer wieder einmal, ja. Jetzt haben wir es immer gemacht, immer wieder einmal gemacht, die ganzen Jahre eigentlich, schon durch. Wie war denn die ganzen Videos entstanden, bevor wir einen Acker gehabt haben? Also, es sind sehr viele von uns gewesen mit aufgestellter GoPro zum Beispiel, die dann nicht aufgenommen hat. Da können wir ja Geschichten, könnte man da erzählen. Was heißt? Das wäre aber aggressiv. Jawohl. So, na gut, also auf jeden Fall, Klaus... Aber wenn der Michael Unger da ist, fällt mir was ein, da könnte man ein Thema anschneiden. Michael Unger hat gestern nämlich gefragt in der Pavlatschen, fällt mir gerade ein, was dich betrifft, Klaus. Ja, ja, richtig. Auf das will ich eh kommen. Auf das will ich eh kommen. Auf das will ich eh kommen. Muss noch schauen. So, die, die Krise 12, 20, ja, sehen Sie, das lasse ich mir nicht ausreden. Ja, dann passt sie. Passt sie. Ja, aber ich schaue auch immer wieder mal, oder hoch immer wieder mal in Nachrichten, dass man sich, eigentlich nicht, also für mich ist es nicht, damit ich sehe, was sich tut in der Welt, sondern was halt gerade, worüber gesprochen wird. Sagen wir es auch so, weil das ist mir, ja, ansonsten glaube ich wirklich nicht, dass man da informiert wird, sondern dass es, egal welche Medien, egal wo und zu welcher Zeit, stets um Propaganda ging. Und da war ganz interessant, das habe ich mir auch gehört, am Sonntag, als ich vom Fahrtechnik Training zurückgefahren bin, da war gerade auf Ö1 die Sendung quasi so ein, weiß nicht wie die, was das ursprünglich heißt, es ist ursprünglich, ein kleiner Beitrag, nicht ein kleiner, sondern eher ein stunder Beitrag über den Teddybott Gorski, weil er ja gestürmt ist. Und da war auch dieses Thema, es war ja recht interessant, muss ich echt sagen. Und vielleicht kann man das nachhören. Also das kann ich schon empfehlen, dass man da ein bisschen schaut, in der TVT, auch Radio TVT, also über den Teddybott Gorski, diese ganzen Nachrufgeschichten, sehr, sehr, sehr spannend, sehr interessant, sehr leibend und für uns mit unserer Technikaffinität, mit den Social Media und Co, ganz interessante Sache, weil der Teddybott Gorski hat ja angefangen dann im Radio und war also da in irgendeiner Abteilung halt und dann hat ich das Fernsehen aufgemacht und die ersten Fernsehgeschichten und der Bott Gorski hat gesagt, ich will mich dort bewerben, beim Fernsehen und sein, ich sage jetzt mal, Abteilungschefleiter, der hat gesagt, okay, das wird ja nichts, alles ein Blödsinn, dann bist du von da weg und wer weiß, was du wieder zurückkommst, weil das Fernsehen, das hält sich keine drei Monate, das ist nur eine Erscheinung. Und da habe ich mir gedacht, das ist so bezeichnend, ich lachen mir jetzt nicht mal, das ist so bezeichnend, weil das ist in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich tatsächlich das, was am meisten gemacht wird, das ist so wie, das Internet wird sich nicht halten, oder wie damals der Chef von IBM gesagt hat, keine zehn Leute auf der Welt, wenn ein Computer daheim stehen haben, ein Handy wird keiner brauchen, und vorher schon ein Pager, wer braucht ein Pager, und, 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 so geht es weiter und jetzt die KI wird sich nicht durchsetzen, es fühlt sich gefährlich, also unglaublich, Social Media, wer braucht das, und mir gefällt das immer ein, der Gary Vaynerchuk, der hat, war eigentlich, ursprünglich hat der eigentlich ein Weingeschäft, ein Weinhandel in Amerika drüben gehabt, und der war einer der Ersten, der das dann mit E-Mail-Marketing und so weiter gemacht hat, und da hat er auch gesagt, du, mich haben damals fast alle Leute, haben zu mir gesagt, geh bitte, wer soll jemals einen Wein übers Internet kaufen, und seine Antwort war, jeder, und natürlich kauft er das Internet, aber es waren sehr viele, sehr viele, und, 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 noch ein schönes Beispiel war Social Media, damals, glaube ich, das war wie Twitter, das war ja eine der ersten Plattformen, die da hochgekommen ist, wie Twitter hochgekommen ist, und er hat dann so gesagt, na, die Leute haben dann geschrieben, ich bin Kasse, geh mir einen Hund, ne, und da haben auch wieder die Leute gesagt, wem interessiert das, und er hat gesagt, jeden, und natürlich nicht jeden, aber man sieht, wie sich das alles entwickelt hat, und das war so parallel, wie das der Teddy Podcast ja erzählt hat, über, über, über das Fernsehen, oder wie er gesagt hat auch nicht, das war halt die Aufteilung der, der österreichischen Proporzlandschaft, nicht, schwarz und rot, die ÖVP, ja, das Fernsehen, das halte sich, das will sich nicht durchsetzen, das machen wir nicht, brauchen wir nicht, ÖVP blieb also beim Radio, und die SPÖ hat sich dann ums Fernsehen gekümmert, und so entstand dann dieses, diese, diese Machtachse, Fernsehen, Radio, nicht, Fernsehen war rot, und Radio war schwarz, hochspannend. Ja, genau, Julius Raab selber, der hat wieder diese Aussage zugeschrieben in einem Interview, der hat ihn nicht nur zugeschrieben, sondern das war ja so, der hat gesagt, na, wer wird denn schon in das Cast alleine schauen? Alle schauen mal eine, also schon lange Zeit, nicht, das, eine grobe Fehleinschätzung wieder einmal, ja, und ich fürchte, bei der KI ist das, passiert das gleich, also passiert, es passiert ja nichts, es kommt ja sowieso nicht, also die KI ist ja schon da, das kann man ja nicht wegreden, also insofern, aber es ist interessant, dass sich das immer wieder wiederholt, diese Dinge, ja. Ja, ne, aber es ist, es ist ja immer noch so, also das ist einfach, wir sind so gestrickt scheinbar, und für mich ist das spannend, weil es so eine unglaubliche, ähm, äh, Ignoranz darstellt, das ist nicht Fehleinschätzung, das ist Ignoranz, wenn man, wenn man offen und ehrlich sich das anschaut, und versucht zu bewerten, dann kommt man, dann kommt man einfach auf das Ergebnis, nein, das ist schon ernst zu nehmen, zumindest ernst zu nehmen eben, nicht, dass man weiß, dass das wird's, aber so, dass man sagt, naja, auslassen, das ist jetzt einmal nicht, ne, das wäre, oder das ist eine Ignoranz, eine permanente, und bis heute, und wenn ich mir nicht ausschaue, die Leute versuchen ins Fernsehen zu kommen, egal über welche Sender, egal über was, Hauptsache man ist im Fernsehen oder im Radio, aber es interessiert beim Fernsehen niemanden, die Zuschaueranzahl, auch jeder ist ganz geil auf seine Abonnentenanzahl, auch jeder ist ganz fertig, wie viele Follower er hat, aber beim Fernsehen ist ihm das wurscht, weil da ist man ja im Fernsehen, und das ist heute auch, es ist ja bei mir auch noch ein bisschen so drin, ne, da sagst du, ja, Fernsehen ist dann die Königsdisziplin, ist sie aber natürlich schon lange nicht mehr, tatsächlich nicht, von den Zahlen her, der Kass ist schon lang gegessen, wie man so sagt, eigentlich, man braucht es ja dann, übrigens, weil mich es interessiert, aber ein bisschen so Zuschauerstatistiken, die veröffentlicht werden, von den verschiedensten Fernsehstationen in Europa, angeschaut, also von diesen, wie das einmal war, in den 80er, 70er Jahren, dass da ein Million Zuschauer, eineinhalb Millionen Zuschauer waren bei einer Sendung, vor allem am Samstag Abend bei den ganzen großen Shows, geht weit, weit, weit weg, also das ist ein Wahnsinn, da sind ich mit den Brettlspitzen ja noch vorne dabei, sozusagen, und das sind alle anderen Sendungen, also, und da 200.000, 300.000 Zuschauer, 500, da sind schon sehr viele, also, und da merkt man es ja wirklich, die legen sich ins eigene Hemd, wie man sagt, die Leute sind nicht mehr beim Fernsehsendung schauen, live am Fernseher. Und weil du das so ansprichst, zum Beispiel jetzt die Brettlspitzen, ja, das ist eine der erfolgreichsten Sendungen im Bayerischen Rundfunk, aber wo machen sie Werbung für die Sendung? Also, die machen eine irrsinnig ausgefeilte und wirklich üppige Social-Media-Strategie fahrende, damit halt diese Sendungen und auch die Live-Shows, weil die Brettlspitzen, die fahren ja, die machen ja so Live-Touren immer wieder, und das sind also Live-Konzerte, die können natürlich auch promotet, aber ohne Social-Media wäre wahrscheinlich die Bekanntheit von den Brettlspitzen nochmal geringer um einiges. Ja, ja. Obwohl das Zielpublikum eines ist, das jetzt nicht zwangsläufig eben in Social-Media agieren, wobei auch hier irrt man sich ganz gewaltig, weil Facebook zum Beispiel besteht, da tatsächlich aus alten Herrschaften, also das ist, also bis über 80 ist dort die größte Mannschaft, also ich weiß jetzt nicht mehr von wo weg, aber ich glaube von 50 weg, also zwischen 50 und 80 ist der größte Anteil an Usern auf Facebook, das muss man sich mal überlegen und das sind viele und ich meine, ich merke das schon auch bei unseren Fans oder in der Familie, also wenn wer von den älteren Semestern in unserem Hause in Social-Media ist, dann ist er in der Regel nicht auf Instagram oder auf TikTok oder was, sondern auf Facebook. Das stimmt, ja. Ja, und da, und da, das ist schon interessant, wie da, wie fehl eingeschätzt, wie du das gesagt hast, oder das wird, und wie gesagt, und großteils meine ich das, zumindest bei den Profis, nenne ich das Ignoranz, dass die das einfach nicht sehen wollen, was wirklich klar zu sehen ist. Das kann Blödheit auch sein. Die Dummheit der Menschheit ist ja nahezu unendlich groß. Aber ich kann mir das nicht, so dumm schätze ich die Menschheit auch wieder nicht. Nein, Dummheit, das wäre, also ich würde es eher als wirklich als Ignoranz sehen, weil dumm teppert. Ignoranz ist ja eigentlich, weil man, ich sage immer so, wenn das einer aus Dummheit macht, dann ist ihm nichts vorzuwerfen. Ich kann ja nichts dafür. Wie ein verstorbener, befreundeter Priester immer gesagt hat, die Dummheit ist das achte Sakrament. Das ist einfach, da bist du auch von Sünden freigesprochen, weil wenn du teppert bist, bist du nicht, was willst du dann machen? Aber ich glaube, da ist es wirklich Ignoranz. Und das heißt eben, die Dummheit ist nicht da, sondern ich weiß ja, dass das gut, oder dass das jetzt so ist, wie es ist, aber ich ignoriere es. Und das meine ich damit. Das ist zum Beispiel so etwas wie, ich weiß nicht, wie in der Politik, wenn du jetzt nimmst die Migrationsproblematik. Das kann natürlich aus Absicht sein, das wäre jetzt die Verschwörungstheorie, wir gehen eher davon aus, dass das geplante Übervölkerung oder Durchmischung oder was weiß ich, was ist. Oder es ist Ignoranz, weil man sagt, ja, das könnte ein Problem werden, aber da will ich eh nicht und da kann man schon irgendwie um und dann braucht man das nicht angreifen, bis man wieder gewöhnt wird. Oder das ist die typische Kopf-ins-Anstecken-Methode auch natürlich zum Teil. Absolut, ich will es nicht sehen, es ist da und man sieht mich nicht, man sieht mich nicht. Genau, das ist Ignoranz. Und das ist eben nicht Dummheit, sondern ich weiß genau, wo das Problem ist, aber ich schaue nicht hin. Na gut, also ganz kurz weiter, ich schaue kurz in den Chat wieder rein. Der Jovce ist da, grüß dich guten Morgen. Daniela sagt richtig, jeder braucht einen Acker, ganz genau. Alter Palanti, ja zum Bildschirm, Smartphone, kleinen Bildschirm, kurzer Abstand, ja das ist, ich versuche möglichst wenig, möglichst wenig am Smartphone zu machen, aber natürlich ist es das, was du immer bei der Hand hast und wo halt, wann was zu tun ist, dann schaue ich da rein, aber ich mache eh da wenig. Also tatsächlich, ich habe keine Nachrichten großartig, also diese Push-Nachrichten von diversen Apps, habe ich alles nicht und E-Mails oder was schaue ich auch nicht am iPhone, nur jetzt wirklich, wenn es noch der Mann ist gerade. Aber trotzdem, es reicht schon das, was ich sonst mache. Und der Omate, der ist so schade, das stimmt. Ja, darum hat die Christi auch kein Smartphone, weil die braucht jetzt mit 19 Zoll, das glaube ich, ja. Bei Michael Unger gibt es gleich drei Fernseher im Haushalt, habe ich die Ehre. Na ja, wenn man drei Stockwerke hat, brauchst du in jedem Stockwerk schon ein mehr an, mindestens. Genau, Michael Unger, und wenn Sie mit der Musik nichts mehr reißen, werden Sie Fernsehermoderator oder Kapitän vom Traumschiff, kommt mir so vor. Der Traumschiff-Kapitän wäre nicht so schlecht, hätte ich schon machen. Ich gebe mich offen zu, wenn das Angebot käme, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Ich gebe mich ganz offen zu. Na du, das ist, wie soll ich sagen, da muss man vorsichtig sein, hätte ich gesagt. Zum Beispiel, wenn Sie in Florian Silber essen, der ist im Traum, der ist im Traumschiff. Also ich bin wirklich weit weg vom Schlager-Fan, weit weg. Aber ich schaue mir wahnsinnig gern, nicht allzu oft, muss ich auch sagen, weil es nicht so gut aushält, aber wahnsinnig gern, als Interesse schaue ich mir so Schlager-Shows an. Und weil man eins bedenken muss, auch hier haben wir wieder die Ignoranz von vielen, die den Schlager so antun und so weiter. Aber Schlager ist die erfolgreichste Musikbranche. Von Nische kannst du nicht mehr reden. Die wirtschaftlich erfolgreichste Musikbranche ever und das in jedem Land. In den USA ist es der Country, zum Beispiel Country Music. Da gibt es ja viele Abspaltungen. Also diese Schlager-Country, sage ich jetzt einmal, das ist das, was bei uns der Schlager ist. Und das ist die wirtschaftlich absolut erfolgreichste. Und daher ist es nicht schlecht, wenn man dort einmal reinschaut und sagt, okay, was machen die eigentlich? Und wenn du so Schlager-Shows ausschaust im Fernsehen und das einmal einfach betrachtest und analysierst, sagst du, ja, das sind Profis. Da hält bei uns aus Österreich jetzt, oder Deutschland, da hält die beste Rockband nicht mit an Show oder an Sousa, wo es die Schlager-Futzes da aufstehen. Das ist wirklich, das ist professionell durch und durch. Ich meine, ja, okay, jetzt ausgenommener Rammstein oder so, aber jetzt im Großen und Ganzen, das ist unglaublich, was die machen, wie die das machen, wie professionell die rangehen. Und die haben ein mörderisch großes Publikum. Und das ist halt immer gefährlich, wenn man dann sagt, naja, Schlager, das ist was für Vortrottel. Und so, oh, Vorsicht, das sind nämlich sehr viele Leute. Vorsicht, 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 ja. Und es stimmt, ein Drittel der Lieder sind wirklich, also durch die Banker, schade. Also das ist wirklich jenseits von allen, das ist eine Frechheit. Aber die anderen zwei Drittel, da darf man, wenn du das auf Englisch hast, wäre das ein Pop-Song. Punkt. Punkt, da hätte ich keiner drunter. Ein französisch, weiß ich gar wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ein hochgeschätztes Chanson, wo die Leute sagen, das ist halt noch Kunst. Also das hängt nur davon ab, vom Text. Und wenn ich mir auf Ö3 oder die Top-40, die Top-50, die Top-100 in der Popmusik anschaue, ist der Text bei 90%, mehr als 90% der Lieder, wirklich das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Also da muss man vorsichtig sein. Und eben, weißt du, das sagst Michael Unger mit Fernsehmoderator und Traumschiff, das wirst du nicht, wenn du in der Musik nichts reißt. Das wirst du dann, wenn du vorher mörderisch erfolgreich bist. Also Vorsicht mit einem zu schnellen Urteil, mit einem zu schnellen Urteil in dem Bereich, das geht, das geht, das funktioniert so nicht. Nicht in der Branche, das funktioniert in der Politik, das funktioniert da beim, was weiß ich, was da, also in jeder anderen Musikrichtung, aber nicht beim Schlager. Volksstümliche Musik und Schlager und diese Unterhaltungsfernsehshows und Serien und so weiter, die arbeiten professionell. Da kommt nicht einer rein, weil er ein Hoverer ist. Das passiert dort nicht. Das passiert in allen anderen. Das passiert beim österreichischen Film oder im Kabarett oder keine Ahnung wo, aber nicht in dieser professionellen Ebene. Da kommst du nur rein, wenn du vorher schon sehr erfolgreich bist. Also das muss man bedenken. Aber andererseits wiederum muss ich sagen, ich weiß, was du auch meinst und so falsch liegst du dann da auch wieder nicht. Siehst du, also ich widersprich mir eh selber, siehst du eh. So, pass auf jetzt, jetzt haben wir schon so viel. Andi Borg, ich borg mir deine Lieder, ich will ein Schlagerster sein. Aber Michael Unger, wie gesagt, man lacht ja an Andi Borg, aber das würde ich nicht machen, weil der schnupft uns alle. Aber mit, mit, ich meine ja, wenn man sagt, na Geld ist nicht alles. Na ja, jetzt erfahre ich mal dann. Das ist, der Andi Borg hat es geschafft, wie man so schön sagt. Das ist ein Fluritz-Durfer. Ja, das stimmt. Ich könnte jetzt nicht ein Lied von ihm sagen, aber, keine Ahnung, wie gesagt, die Musik fällt mir nicht, aber man muss respektieren, was ich da mit, was ich da mit, was ich da, wie soll ich sagen, was ich da geschichte, was da funktioniert oder nicht. Naja. Was die Christi sagt, was, Patrick, ich hätte dich wirklich glüge eingeschätzt. Auf was? Auf was bezogen? Ah, ich glaube, das bezieht sich auf den Kapitän vom Traumschiff. Du, das ist eine Rolle, ganz eine normale. Was, das ist ja nichts, was hat das damit zu tun, mit Klüger? Ich glaube, wenn es das ist. Na, aber Christi schreibe ich ein, es würde mich interessieren, was du meinst. Ja, genau. Na, und die Christi sagt, Playback geht nicht gut mit Texten. Ja, aber Vorsicht, Playback, das ist keine Schlager-Geschichte. Nein, ganz im Gegenteil. Und das kann ich euch wirklich sagen, weil es war es. Und wie gesagt, ich verteidige eigentlich eine Sparte, mit der ich nichts zu tun habe. Wo wir beide gar nicht eigentlich nichts zu tun haben. Wir haben beide damit nichts zu tun eigentlich. Aber wenn man ein bisschen die Leute, ein paar Personen kennt oder Hintergrundinformationen bekommt von Personen, die in beiden Bereichen arbeiten, das gibt es nämlich auch, gerade was Regie und so weiter angeht, dabei, dann kriegt man schon ein paar Sachen mit und sagt man, okay, Hut ab vor der Schlager-Geschichte, genauso wie vor der Ernsten Musik oder vor Jazz oder Rock oder sonst was. Die Musikkang muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich meine, es ist so. Also jetzt kurz zum Playback. Playback, also jede Pop-Show, jede Pop-Musik-Show im Fernsehen, jede. In der Eurovision-Song-Contest, ja mittlerweile auch, da wird nur mehr live gesungen, wird nicht mehr mehr live gespielt. Die Half-Time-Show beim Eurovision-Song-Contest zum Beispiel, weil das weiß ich noch, wie der Martin Grubinger gespielt hat, ist Playback. Das ist alles Playback. Also da tatsächlich nicht verkühlen, dass, glaubst du, die Schlager sind so. Im Unterschied ist es so, überhaupt heutzutage, dass die Sänger allgemein tatsächlich singen können, auch mittlerweile in der Pop-Branche. Das war ja auch nicht immer so, dass das nur vorn gestanden ist. Also mittlerweile kennen die alle singen. Und glaubt mir's, die Schlager-Musiker, die kennen alle ihr Handwerk, und zwar perfekt. Ich weiß schon, es ist immer so, aber mir stört es, wenn etwas ungerecht ist. Und es ist ungerecht, ich sag jetzt, was weiß ich, über eine Helene Fischer zu lachen. Ja, ist nicht mehr Musik, ist nicht, ja, und man macht sich lustig dann über das Publikum, was da steht. Wobei, wenn du dir das ausschaust, denkst du, ja, gut, so, also so, lauter Volltrotteln stehen natürlich auch nicht optisch. Wenn ich mir dann so ein Publikum von anderen Rockkonzerten ausschaue oder in Erinnerung noch habe, also, ja, lass dir das, sag ich, jetzt lassen wir das. Ja, da schau der Fußball-Major, natürlich, also, da sagst du auch, lauter normale Leute, ah ja, nicht nur, es ist ja so. Aber wenn du uns da hernimmst, jetzt das Beispiel, Henene Fischer, die kann singen, die kann tanzen, die hat das gelernt, also richtig gelernt. Und die hat daran gearbeitet, die ist jahrelang, ist die mit ihrem Plebekoffer halt, ist die durch die kleinen Städte Deutschlands gereist. Also, die hat ihr Haken gemacht, die ist ja nicht über Nacht berühmt worden, die hat sich da was aufgebaut. Ein Silbereisen genauso, oder ein sehr gutes Beispiel Semino Rossi, das war ein Straßenmusiker und Alleinunterhalter, und der war engagiert, zum Beispiel bei Bekannten von uns, wo wir auch mal gespielt haben, war der Semino Rossi einmal engagiert für einen Geburtstag im Hinterzimmer für 25 Leute. Das war ganz knapp davor, wie er diesen Sprung gemacht hat. Also, das Engagement war da schon, glaube ich, eineinhalb Jahre vorher ausgemacht, weil er schon sehr gut gebucht war. In dieser Zeit ist er halt da sehr berühmt worden, hat seinen Durchbruch gehabt. Und dann haben sie sich gemeldet bei ihm, nicht? Du kommst ja eh zu unserem Geburtstag, oder? Und er hat gesagt, man soll verstehen, das ist ja ausgemacht. Und ich meine, da hat zu dem Zeitpunkt, hätte er normal schon das Dreifache, Vierfache verdienen, das war die Gaschöhe. Aber nein, das war so, wie er es halt, das war ausgemacht, das macht er. Also Handschlagqualität, alles da. Und der hat Gitar spielen können, immer noch, kann ich sagen, aber der hat live gespielt, der hat live gesungen, gut gesungen, und ist halt in einer Musikgattung daheim, ja, wie gesagt, die wir nicht so unbedingt konsumententechnisch schätzen, aber wo wir nicht den Fehler machen, uns darüber allzu lustig zu machen, weil erstens einmal ist es oft bei den anderen Musikrichtungen nicht anders, zweitens können die in der Regel, es gibt dort und dort Ausnahmen, und positiv-negative Beispiele, aber in der Regel können die ihr Handwerk besser als der Großteil der Vertreter diverser anderer Musikrichtungen, ausgenommen jetzt von mir als Jazz. Aber Jazz ist auch folglos, also da verdienst du nichts. So, was haben wir da? Jetzt muss ich schauen. Du könntest ja gar nicht mehr lieber sehen. Ja, Michael Unger, das stimmt, das kennt ich gar nicht. Das kennt ich gar nicht. Harald Philipp Antschetsch, sehe ich nicht so. Weiß jetzt natürlich nur mehr was, aber ja, muss man ja auch nicht. So weit, wo sind wir noch? Wenn ich 100 Auftritte im Jahr habe, habe ich doch noch Zeit zum Filmdrehen. Naja, Michael Unger, ich weiß nicht, das hat aber nicht nur mit, Entschuldige, da muss ich ganz einhaken, das hat aber nicht nur in der Schlagerbranche zu tun. Da gibt es nämlich andere Leute, die auch Schauspieler und Musiker waren und immer schon, die sowohl Auftritte hatten. Denkt man nur an Dean Martin, denkt man an Frank Sinatra, Elvis Presley hat in Filmen mitgespielt und nebenbei im Jahr 100 Auftritte gespielt. Da sagt man, das geht schon. Ja, erstens geht es und zweitens, und zweitens auch hier, glaube ich, hängt ein bisschen mehr das Klischee drinnen, dass man sagt, ja, erstes Schlagerstas, das sind Tepperl, die gehen dann ein paar Mal auf die Bühne, reißen in den Trottel ab und sagen, nein, das ist Knochenarbeit. Und die Typen sind ja schwerst erfolgreich, schwerst, also wirtschaftlich jetzt. Ob sie privat erfolgreich sind, ob sie glücklich sind, das lasse ich jetzt nicht hingestellt, das weiß ich nicht. Aber die sind schwerst wirtschaftlich erfolgreich und die tun was dafür. Die stehen ja da früh auf und hakeln und gehen dann Mitternacht schlafen. Punkt. Das ist nicht so wie der Bartik und die, die das uns gemütlich machen, beim Heirigen. Ja, genau. Und dann über die anderen Schimpfen mehr oder weniger. Nein, das geht nicht. Die hakeln. Die hakeln sich krumm und dämlich. Also, bei manchen hat man so das Gefühl. Und das geht schon. Und wenn du dir das ausschaust, keine Ahnung, wer da jetzt da, was ist denn jetzt da, wie heißt der, was beim Superbowl da jetzt auch so eine große, sie hat nicht die Show gemacht, die Sängerin da, die aktuell gerade überall gehypt wird auf tausend, heißt fix, wie heißen die jetzt, na ist ja wurscht, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Taylor Swift, die Taylor Swift, da brauchst du nicht glauben, dass der nur ein paar Partys besuchen muss und dann hin und wieder Konzert spielen. Das ist ein Knochenjob. Das spielst du nicht. Das ist so ein bisschen eine Traumvorstellung. Ich bin der Superstar, oder ich werde Superstar und damit ist alles Leiband, Partytime rund um die Uhr. Nein, nein, nein. Das ist brutale Haken. Deswegen hast du auch sehr viele, das ist schon einer der Hauptgründe angeblich, oder zumindest habe ich das efters gelesen oder gehört, für diesen großen Drogenkonsum. Das liegt nicht an der, da sollte jetzt Leiband raus sein und sie Drogen eine hauen oder irgendwas, sondern weil die einfach einen so einen Druck haben, dass viele, nicht alle, dass viele das eben nicht schaffen, auszugleichen und dann das nur halt mit Drogen schaffen. Also, ja. Der Altaparlante hat da noch gemeint, man kann seit 80 Jahren E-Motoren mit 98% Wirkungsgrad bauen. Klar, dass die Physik früher oder später immer gewinnt ist, aktuell aber immer noch für viele nicht sichtbar. Ja, du meinst das auf die Ignoranz bezogen, ja. Gut, aber da ist, glaube ich, Strategie. Da bin ich ganz Verschwörungstheoretiker. Da sehe ich Strategie und wirtschaftliche Interessen. Wirtschaftliches Kalkül. Ja, genau. Ja, absolut, ja. Du bist auch vorher, habe ich da noch von der Chris eine interessante Frage gesehen. Und zwar, Frage an Patrick und in Folge dann auch an Klaus, wie übt man etwas allein, das man dann später mit einem zweiten spielt. Das braucht länger. Nein, eigentlich, wenn man es zusammenfasst, ganz normal, man studiert eine neue Nummer ein, so dass man es kaut, dass man Harmonie-Technisch, wie es die Melodie kennt und den Text dazu kaut. Und dann studiert man sich das selbst für sich einmal ein, einfach so, wie man es glaubt, dass man das klärt. Und dann trifft man sich zu einer Probe gemeinsam. Das macht eine andere Rase und dann erarbeitet man sich das in der Probe, wo aber jeder schon weiß, was er einbringt. So gehe ich an das, gehen wir beide an das eigentlich heran. Ja, zumal wir, wir sind jetzt eingespielt. Zumal kann ich meistens, was ich noch dazu sagen muss, ich kann meistens im Text schon, auch wenn ich das nicht singe, kann ich den Text trotzdem in groben Zügen. Weil das ja die Melodie oft mit dem Text ja korreliert, wie verzögert man das Tempo oder was, oder was spielt man Gegenbewegung auch zum Text, im Kontext zum Text auch wichtig ist, finde ich. Das macht bei uns viel aus, ja. Aber wie lernt man das? Einstudieren einfach, dann gemeinsam daran arbeiten. Man spielt es ja lange, bis man es kann. Und dann kommt man zusammen. Oder halt in unserem Fall, wir sind halt sehr zusammengespielt. Dadurch ist das halt was, ist das wieder anders. Wenn du jetzt das lernst für Orchester oder für Band, dann musst du deinen Part einfach kennen. Und dann kann man, das machen dann viel heutzutage, das halt dann quasi Playback, dass dann das Stück abspielen und dazuspielen. Bis du es halt dann kennen. Und damals als kannst du, dann kommst du zusammen. Aber es ist bei uns auch so, also zum Beispiel den Text muss ich noch gar nicht fixfertig kennen. Aber ich muss ihn so gut kennen, dass ich ihn quasi vom Text platt einfach anlesen kann. Also dass ich nicht bei jedem Wort hänger bleibe, sondern dass ich wirklich, dass ich sozusagen in großen Zügen den Text kann und halt gewisse, vor allem diese Brückenpunkte, also wo man sagt, du brauchst dieses Schlagwort, dass du wieder reinkommst in den nächsten Zeilen, dass ich den halt weiß. Und das reicht aus. Und genauso mit den Akkorden. Und dann kann man es mal vom Blatt spielen. Aber man muss auch mal wissen, wie es funktioniert. Und würden wir jetzt zum Beispiel bei einem neuen Lied komplett zusammenkommen und zu zweit auffangen, da hätten wir uns erstens permanent stören, weil jeder was anderes übt oder lernt. Und dann wäre das nicht sinnvoll, weil wir das ja gar nicht können. Und wenn du aber ein bisschen eine Ahnung hast vom Lied, dann kannst du es schon zusammenspielen. Dann kannst du es schon probieren. Ja, genau. Aber es bringt nicht, weil man der Patrick jetzt seine Noten ausschauen muss und der Arrangement und ich dabei, ich meine, die Akkorde muss ich nicht üben. Die Akkorde weiß ich auch. Das ist ja so drinnen. Die muss ich nur, die Abfolge der Akkorde, die muss ich einlernen. Da brauche ich aber nicht dazu, den Patrick, der gerade sein Intro einübt und natürlich mit Text genossen. Oder wo ich dann gerade auch ein Skier und das Ganze ausharmonisiere richtig, dann bei sehr vielen Noten, Material, was ich habe, da ist auch die Melodiestimme notiert mit Akkordbezifferung. darüber und ich mache dann daraus die Melodie zweistimmig, dreistimmig, vierstimmig, fünfstimmig, einstimmig und so weiter und das braucht, bei manchen einfachen Sachen kann man das relativ schnell auch vom Blatt direkt. Aber bei den meisten Sachen muss man sich das schon wirklich anschauen. Dann hat das einen Sinn, dann geht ja auch was weiter bei der gemeinsamen Probe, weil das ist eben der Unterschied zwischen einer Probe und dem Üben. Üben tut jeder für sich, da gehört auch das Einstudien dazu und wenn jeder schon seinen Part kann, dann trifft man sich zur Probe. Dann hat das einen Sinn, dann geht auch da wirklich was weiter. Genau, also so. Ich hoffe, Christi, das haben wir für dich gut beantwortet. Ich hoffe, ja. Wenn noch Fragen, dann schreib es ein und wir sind natürlich dabei. Der Roland Sperger auf Facebook geht noch nicht eine mörderische Meldung an. Bin mir nicht sicher, ob wir nach einigen Achterln bei einem Sechzehner beim Konzert intellektuell aussehen. Ja. Ich schon. Ich schon. Roland, ich kann es bezeugen. schaust du immer intelligent aus. Das haben wir das einmal so gesagt. Ja, ja. Nein, aber das ist natürlich so eine Sache. Der Raffi sagt auch, mir gefällt Andreas Gabier auch nicht, aber ich akzeptiere, was er macht. Ja. Du, mir gefallen viele Sachen nicht und ich muss ja nicht auch wuchen. Punkt. Nur in dem Moment, wo etwas eine große Aufmerksamkeit erreicht, dann wird es für mich einfach interessant, weil mich das interessiert. weil mich einfach dieser soziologische oder gesellschaftliche Aspekt interessiert. Warum ist das gerade berühmt? Warum ist das gerade bekannt worden? Das ist eigentlich quasi, wenn man so ein bisschen mein Hobby im Kopf hat. Und das ist, aber es gibt ja auch viele Sachen, die mir gefallen aus verschiedensten Bereichen. Zum Beispiel tatsächlich, ich höre gern Ödrei. Ich muss ehrlich sagen, ich höre es gern. Nicht oft, nicht immer, aber ich habe das manchmal gern, weil zum einen gibt es immer wieder Zeiten, da gefallen mir die Lieder, die gerade gespielt werden, besser oder schlechter. Aber das ist das eine, aber ich kriege ein bisschen mit, was ist gerade en vogue? Was ist gerade da? Und das finde ich dann spannend und das versuche ich mir dann anzusuchen. Bestmöglich ohne Urteil gelingt mir nicht immer. Manchmal ist wirklich, was du sagst, das verstehe ich nicht, ich verstehe es nicht, warum das einen Erfolg hat. aber ja, wie gesagt, es gibt Dinge, die mir nicht gefallen, die ich akzeptiere, es gibt Dinge, die mir gefallen, die mir, wo man sich fast ein bisschen genieren müsste, dass es einem gefällt. Aber im Prinzip, jetzt in deinem Fall, zum Beispiel, Andreas Caballet, seien wir uns ehrlich, ihm wird es wurscht sein, ob es dir taugt oder nicht. ein mörderischer Erfolg, das ist der Erste, der da zwei oder drei Stadien gefüllt hat. Ich war bei einem kleinen Rapidmatch mit Roland und dann habe ich einmal live gesehen, das erste Mal in meinem Leben, so ein Stadion, wenn das halbwegs voll ist, da hätten ja noch einmal 10.000 reingepasst. Aber ich glaube, 16.000 Roland waren dort, 16.000 Menschen in einem Stadion. und der Caballet füllt das, ich weiß nicht, es waren glaube ich über 20.000 Leute und das zwei, drei Mal hin, also so ein richtiger Tour war das, oder öfters sogar. Jetzt wurscht, Leute kommen bewertend her, aber ich sage mal, irgendwas muss ja der machen, was den Leuten gefällt und zwar vielen Leuten gefällt. Und irgendwas, die fährt, weiß ich nicht, ich sage jetzt irgendwas am Digno Schneeberger Föhn, weil der kein Stadion füllt, obwohl der sicherlich musikalisch um, naja, Häuser, Hochhauslängen besser ist. Aber ja, es ist halt Jazz, es ist halt kleiner, es ist halt ein anderer Ding. Aber irgendwo muss das liegen, dieser Unterschied. Und da bin ich halt nicht auf der Seite, dass ich mich dann eher beschwerbe, die Leute, oder sie lächerlich mache, sondern ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das. Und die Christi meint, umgelegt auf euch zwei, wann hättet ihr Zeit, neben euren Auftritten nach Wochen lang bei Filmaufnahmen mitzumachen? Na ja, das ist nicht so. Erstens einmal, kommt das drauf an, was ist für mich, ein bisschen was wissen wir, es ist ja nicht immer so, dass am Stück jetzt sechs Wochen gedreht wird, oder so. Es wird ja portionsweise gedreht, einmal ein paar Tage, dann wieder ein paar Tage, zum Beispiel, wenn das als Fernsehserie ist, zum Beispiel. Noch dazu ist das ja länger vorausgeplant, also wenn das zum Beispiel während einem nächstes Jahr, man weiß ja, das ein Jahr vorher schon, meistens, oder zwei Jahre vorher, es ist ja nicht so, es heißt ja nicht, morgen Drama oder nächste Wochen wird gedreht, dann kann man das ja das Ganze schon einplanen, natürlich. Dass in dieser Zeit dann keine Auftritte sind, das ist ja kein Problem. Und dann eins auf uns bezogen, jetzt zum Beispiel, wir müssen, wir müssen jetzt wirklich, das ist jetzt kein, wie soll ich sagen, da will ich jetzt nicht uns arm darstellen, aber ich sage mal, wir im Großen und Ganzen müssen wir die Engagements, die einigkommen, annehmen. Warum? Weil wir davon leben und weil das natürlich finanziell für uns notwendig ist. Wir können nicht sagen, da können wir nicht, da spielen wir nicht, da sind wir dort oder da. Das heißt, für uns wäre zum Beispiel jetzt eine Woche oder zwei Wochen irgendwo rauszunehmen, für uns wäre das ein finanzielles Risiko. Wenn ich natürlich in einem gewissen Status bin, wo ich sage, naja gut, ich habe meine Konzerte und diese Konzertplanung gemacht und sage, das Management ist sich dessen bewusst, dass er, ich weiß nicht, im August auf Urlaub ist und keine Konzerte macht oder da oder dort dann Dreharbeiten hat oder dort oder dort dann irgendwelche anderen Verpflichtungen eingeht, ja, dann kann man das machen, weil dann kommen ja viele Anfragen, die du davon nicht annehmen kannst. Das ist so, wie bei einem guten Handwerker, ein guter Handwerker, der sagt, tut mir leid, das kann ich nicht machen, weil ich bin überfüllt mit meinen Aufträgen oder dieser Auftrag ist mir zu klein, zu wenig, weil ich einfach so viele Anfragen für große Geschichten habe. Und das haben wir natürlich nicht. Das heißt, wir haben ein bisschen diese Lage, dass man sagt, nein, wir müssten ja mitunter auf Konzerte verzichten, die uns aber das Geld einbringen und dann musst du halt überlegen, geht sich das aus finanziell dann dennoch, aber rein zeitlich. Wobei, da sagst du schon, wenn da Dreharbeiten sind, ist ja das genauso etwas, was zum finanziellen Einkommen auch dazugehört, wenn ich sage, ich weiß, nächstes Jahr sind Dreharbeiten, das ist das, fürs Traumschiff zum Beispiel, das ist ja das was anderes. Naja, weil man das, also, und auf das dann zu kommen, zeitlich, ganget sich das locker aus. Ich meine, wir sind ja nicht überfüllt und dann darf man nicht vergessen, das, was meine Zeit in Anspruch nimmt, jetzt ich rede jetzt von mir, von meiner Zeit, ist natürlich diese ganze Social Media-Geschichte. Der Patrick, wir haben eh schon angegeben, mehr oder weniger die Finanz, also die, wie sagt man da, ja, die Finanzen mehr oder weniger, da hilft uns jemand, da ist jemand involviert, der das macht und natürlich, ich habe die Chantal, ich habe ihn in Ackerl, die sind helfende Hände, jetzt in dem ganzen Punkt, der Ackerl natürlich ist schon laibend, weil du nicht filmen kannst, wo ich das vielleicht gar nicht machen könnte und die Chantal hilft mir mit ein paar Shorts, dennoch sind ja der Großteil der Shorts, welche, die ich selber mache oder diese ganze Social Media-Geschichte, jetzt wären wir in einer Situation, wo du sagst, naja gut, wir werden da gefilmt oder keine Ahnung und wir kommen da irgendwo, wir hätten Dreharbeiten, naja, dann haben wir ja schon längst jemanden, der uns da viel annimmt, wisst ihr was ich meine? Also die ganze Backoffice, das Booking, Management, die ganzen Geschichten, das ganze Drumherum, das heißt, das ist ja ein Wachsen, du fangst ja nicht aus, als du sagst, jetzt leisten wir uns einmal diverse Mitarbeiter, die uns die Hocken annehmen und dann sitzen wir da und nichts zum tun, da warren wir recht schnell Pleite, also wir machen jetzt ja quasi alles selber. Und das würde dann natürlich ja auch im Zuge des Erfolges sich schrittweise im Ideal verändern, das ist das große Problem seiner Leute, die dann von heute auf morgen einen plötzlichen Erfolg haben, also vor allem junge Menschen, die dann damit nicht umgehen können, aber wenn es schrittweise aufgewächst, wo das immer besser sich anpasst, naja, dann geht es. Aber wenn ich das wegnehme und jetzt nur meine Spielzeiten hernehme und die rein musikalischen Aufwendungen und vielleicht noch ein paar Stunden dazurechne, eben für, weiß ich nicht, also nennen wir es jetzt für Managementaufgaben oder Office, da hätte ich genug Zeit zum Trauen, also mehr Zeit als genug. Da hätte ich Zeit fürs Trauen und für Urlaube und so weiter, das haben wir alles nicht, weil wir gestickelt sind, weil wir nicht in einem Stück so viel Platz haben, weil wir natürlich eben spielen müssen. Und das ist auch der Grund, ist auch der Grund, warum wir nicht sehr selten auf Urlaub fahren länger, weil mehr als drei Tage, dazwischen vier Tage ist immer ein bisschen knapp. Aber wenn ich jetzt wüsste, dass wir nächstes Jahr Dreharbeiten haben für eine Fernsehserie zwei Wochen lang, dann können wir das jetzt schon einplanen. So meine ich das, weißt du? Ja. Weißt du, wenn jetzt ein Angebot käme, nächstes Jahr im August, von 10. August bis 25. August an Dreharbeiten, könnte ich das, könnte man das jetzt einplanen. Das stimmt. Das stimmt. So meine ich das, so gesehen meine ich das. Ja, ja. Also das ist, so wie wir heuer mit den Bretelspitzen sind wir auch wieder fünf, sechs Tage, fünf Tage in München. Das war schon lange, lange vorher geplant. Ja, ja. Und ich meine, jetzt ist so, weil die Christi sagt, ich will, Klaus hat ja nicht einmal Zeit dafür, endlich uns das versprochene Bouton-Lied zu komponieren. Ja, das stimmt, aber das liegt halt daran, dass wir noch wirklich alles selber machen. Also jetzt sind wir überfüllt, jetzt in diesem Moment, wie gesagt, wie der Patrick sagt, wenn im Herbst, da hätten wir Zeit, also aus jetziger Sicht. Ja, da könnte man, nur, wir sind mit unserer kompletten Arbeit, wir sind halt Do-It-Yourself-Musiker, wenn man so sagen könnte. Wir machen alles selber, dann ist es schwierig. Das wird jetzt, sage ich jetzt einmal, eine Helene Fischer nimmer machen, oder ein Semino Rossi, oder der Silbereisen. Ich überlege gerade, wenn mir noch alle einfallen, aus der Schlagerbranche. Halt, jetzt muss ich da wieder irgendwas drücken. Und das ist halt irgendwo, also da speitze ich das dann irgendwann. Da kommt dann der Moment, wo du sagst, kann ich aus meiner Ebene in die nächste Ebene aufsteigen, sozusagen jetzt. Und was gehört dazu, was ändert sich dann? Aber jetzt, sage ich einmal, sind wir noch in einer Ebene, vielleicht kommen wir da drüber, wenn wir schauen, was das Wiener Lied hergibt, aber wir sind in einer Ebene und da sicherlich schon, kratzen wir schon am Plafond einfach Zeit, energietechnisch. Das ist einmal klar. Aber selbst da findet man immer noch Möglichkeiten, einiges zu machen. Da findet man schon noch. Daniela Stögl meint, ein volles Stadion ist sehr beeindruckend. Wir waren im Wembley-Stadion in London bei einem NFL-Spiel mit 90.000 Zuschauern. Naja, das ist schon, also ich meine, mir graut zwar davor, weil ich menschenscheich bin, aber es ist gleichzeitig, und das kann ich mir jetzt zumindest ein bisschen mitreden, nach dem Rapid-Match mit dem Roland, es ist wirklich ein beeindruckendes Erlebnis. Also vor allem, wenn man das nicht kennt, dann sagt man wirklich, Alter, das kann was. Der Roland Sperg sagt, gestern wurde, auf Facebook, gestern wurde vereinbart, dass die 16er-Bum auf der ORF 3 W24-Bühne beim Wiener Lied-Festival im Weinviertel spielen mit TV-Aufzeichnung. Keine Wöde, aber nicht schlecht. Ja, keine Wöde, das finde ich sehr leibend. Das freut mich sehr, Roland. Ganz leibende Nachricht, wir haben immer kurz darüber gesprochen, und der Roland war so lieb, das muss ich echt sagen, der Roland war so lieb, weil er gesagt hat, du weißt du, ich bringe euch da ein, ich muss euch da einbringen, und sage, ja, Roland, mach da keinen, wenn wir nicht dort dabei sind, du, es ändert nichts an unserer Freundschaft und so. Nein, genau so ist es. Weil ihr seid ja da quasi Mitdenker von diesem Festival, und ihr müsst es sein, ich müsst es sein. Außerdem ist es ja musikalisch hoffentlich auch gut, was wir da liefern. Aber auf jeden Fall, Roland, das gefällt uns voll. Das heißt, es wird eine Aufzeichnung geben vom ORF 3 scheinbar, das ist sehr leibend. was auch dann auf ORF 3 ausgestrahlt werden wird, nach dem Festival, nehme ich mal an so, und das heißt, wir sind da dabei. Das ist großartig. Super ist das, das ist perfekt. Gefällt mir, das ist riesen, riesen Freude, ja? Ja, schön, weil der Roland sagt, keine Welt, aber nicht schlecht. Das ist schon Welt, also ich finde es leibend. Das hat mich gefällt, das ist voll. Der Paul Atman muss los, hat am 11. Termin, ui. Alles Gute, bis morgen. So, gut, Ding braucht Weile, sagt die Christiane, die Susanne Moser. Und genau das hat Michael Unger und ich gemeint, man muss wissen, was einem wichtiger ist. So meinen Sie es jetzt auf, auf, ja, ja gut, das sowieso. Es gibt sicher, es gibt sicher Leute, die es übernehmen. Es gibt sicher Leute, die es übernehmen. Und das ist natürlich, ja, weißt du, das ist auch so dieses Wachstumdenken, gell, Patrick? Das ist jetzt so, immer mehr, immer mehr. Das stimmt schon. Ich meine, wir können da nicht so mitreden, weil, ich meine, aber naja, pass auf, im ganz kleinen Rahmen, nicht? Wenn ich sage, wir machen die Wienerlieder-Geschichte, wir treten auf, dann machen wir einen Livestream, dann machen wir den morgendlichen Livestream, das ist für uns jetzt der geringste Haufwand, ehrlich gesagt, das ist sogar Leihwand, das ist für uns eigentlich ein super Start in den Arbeitsteigen. Das macht einen Riesenspaß vor euch. Ja, das ist einfach nicht cool. Das gehört dazu auch noch. Absolut, absolut. Aber zum Beispiel jetzt, was weiß ich, die, 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 die Merchandising, man sagt, wir brauchen Leihwälderl, ja, ich brauchen Leihwälderl, was brauchen wir noch? Und dort müssen wir noch was machen, neue CT sollte man aufnehmen, ja, genau, genau. Und das machen, also selbst wenn du im Rahmen deiner, deiner, deiner Profession bist, muss man schon aufpassen, dass man nicht zu viel auf einmal macht. Da sind wir eh recht, recht reif in dem Punkt, wo man sagt, ja, also übernehmen wir uns eh nicht extrem und auf Dauer. Aber klar, wenn du dann hergehst, sagst du, ja, jetzt machen wir noch, jetzt haben wir noch irgendwo ein Angebot für einen Film und dann spielen wir noch jeden Donnerstag, Freitag, Samstag in einem Hotel, in der Hotellobby und das haben wir auch genommen und dann sind wir noch, weiß ich nicht, Musikanten von in einer Fernsehshow, die Arme der Wochen ist, weißt du was ich meine, die Gefahr besteht, dass man sich übernimmt, das ist schon richtig. Das wird zu viel, das ist dann so, die Gefahr besteht schon, ja, nicht jetzt bei uns in unmittelbar, also überhaupt nicht, aber es ist schon gut, wenn man über solche Dinge redet. Jetzt ist er weg, jetzt ist er weg, der Patrick ist weg, holl oder roh, warum, weiß jetzt natürlich keiner wieder. Wird gleich wieder anrufen, wird gleich wieder anrufen und die hat den Balken da, aber das muss ich ausblenden, die machen das. So, da, ja, die Christi gefreut sich, ORF 3 ist absolut leiband, ja, das stimmt. Klaus, was ist jetzt mit Vortechnik drin, ich habe mir auf das noch gekommen, werden wir gleich schauen. Versprochen hat er es gestern in der Pavlatschen. Was denn? Patrick ist da, wieder, der Patrick ist da, jawohl. Was passiert dir jetzt? Keine Ahnung, wegwollst. Okay, ich bin da und jetzt ist es aber, okay, interessant. Was ist jetzt wieder? Das war vor allem weg, auch Verbindung geträgt und ich bin wieder auf Reconnecting einfach gegangen. Naja, passt da, hau dir alles hin, bist du wieder da. Vielleicht war ein kurzer Internet, irgendwas oder, weiß ich nicht. Hauptsache, es funktioniert gleich wieder. Genau, Punkt 10 ist, läuten gerade die Glocken, nämlich darum komme ich genau nach einer Stunde. Vielleicht, die Vibration. Ja, die Tücken, ja. Auf jeden Fall, warte einmal, auf jeden Fall, was wollte ich da noch schauen? Aber ich grüße sie genau, versprochen hat er es gestern in der Pavlatschen, aber was? Achso, genau, jetzt komme ich endlich zur langgeheckten Frage von Michael Unger, wie war es beim Fahrtechnik-Training? Ja. Und die kurze Antwort ist, lauend. So, das wird euch nicht befriedigen, aber, nein, es ist so, ich habe ja beim ÖMDC, also nicht nur beim ÖMDC, sondern bei anderen, bei einigen Anbietern so manche, so manche Fahrtechnik-Training gemacht, allerdings immer nur fürs Motorradl. und jetzt habe ich mich entschlossen, mache es einmal ernst mit dem Auto, das mache ich ganz was anderes, weil der riesengroße Unterschied, das ist auch spannend, zwischen Motorrad und Auto-Training, ist das, du kannst beim Motorradl keine Grenze überschreiten, weil wenn du eine Grenze überschreitest, liegst du auf der Goschen. Das heißt, beim Motorradl kannst du immer nur nahe an die Grenze gehen, aber nie drüber. Beim Auto natürlich kannst du immer drüber, also du tust, wo ein Platz ist, weil wenn es dich schleudert, schleudert es dich. Nein, wurscht. Da ist ja Platz, da ist ja so gedacht. Das heißt, du kannst sehr wohl an die Grenzen, wirklich an die Grenzen herangehen und dann merkst, okay, das war zu weit, war zu viel oder sonst was. Da gibt es keinen Gegenverkehr, da gibt es keine anderen Probleme. Das ist eines der wesentlichen Vorteile oder Unterschiede zwischen Motorrad und Auto. Dann muss ich sagen, auch im Technikbereich, wenn man glaubt, man weiß viel, kommt man dann schon drauf, einige Dinge weiß man nicht und vor allem auch beim Auto ist das, dass du natürlich, wie soll ich sagen, die Aktionen hast, die sinnvoll wären in einer gewissen Situation versus den instinktmäßigen Handlungen, die nicht sinnvoll sind. Das heißt auf gut Deutsch, aus dem Schreck außer, du magst Sachen, die einfach nicht sinnvoll sind, aber man macht es, weil das halt die Reaktion ist, der Instinkt, der fordert das sozusagen. Und um ein Beispiel zu bringen, du machst, wenn du eine Kurve fährst und das Auto schiebt, also du fährst geradeaus weiter, obwohl du nach rechts willst, dass man instinktiv weiter nach rechts lenkt. Warte, ich bin wieder weg. Ich bin wieder weg. Du lenkst instinktiv weiter nach rechts, was eben kontraproduktiv ist, weil dadurch die Radl nur quergestellt werden. Also nur als ein Beispiel. Und jetzt geht es darum, dass man es einmal weiß, aha, das willst du nicht machen, sondern du musst eigentlich den Lenkeinschlag häufig halten und dann geht es halt darum, dass man das trainiert und wenn man das dann auf der Straße, also auf diesem Parcours ein paar Mal gemacht hat, dann besteht die Chance, dann besteht die Chance, dass man da relativ vielleicht sich wieder daran erinnert oder den Körper oder den Geist auch daran sozusagen, ich sag's mir, gewöhnt an diese Geschichten. Natürlich mit einem Tag nicht massiv, aber dann doch irgendwie. Und ja, das war bei mir was konkret, ein SUV-Training. Das habe ich wegen der Grünen gemacht. Nein, SUV-Training, das war ganz spannend, ein Bonk-Bonk erst. Naja, was heißt, was heißt. Und da haben wir am Frühmittag quasi ein ganz normales Straßentraining gehabt und am Nachmittag waren wir dann ein bisschen im leichten Gelände. Also, dass man auf einmal sieht, was macht Offroad fahren, auf was schaut man, wie geht es, Schräglagen und so weiter. Nicht was, dass man es einmal gespielt hat, dass man mitgefahren ist oder starke Steigungen oder eben auch die ganze Elektronik auszutesten. Das war schon spannend. Diese Abfahrhilfe funktionierte eigentlich am Rückwärtsgang auch oder im Neutralgang auch, bei manchen Autos ja, bei manchen nicht. Also, dass man sich auch ein bisschen kennengelernt hat in die Richtung. Und im Prinzip, das war es. Also, es war eine sehr, sehr gut, sehr spannende Sache und ist schon wieder weg. Ich glaube, dass mein Partys Internet was hat. Ich glaube, dass es am Internet liegt. Ja. Ich hoffe, das habe ich damit gut und endlich bist gefahren wie der James Bond auf zwei Räder. Naja, nein. Das nicht, das nicht. Aber, wie gesagt, also man hat viel gelernt, muss ich echt sagen. Jetzt natürlich, klar, ein Führerschein auch schon über 30 Jahre, aber man kann definitiv, man kann definitiv was dazulernen. So, gut, Patrick, wir sind eh schon am Schluss. Ich glaube, dass es bei dir im Internet liegt, Patrick. Er dreht einfach immer ab und dann schreibt er thank you for joining Reconnect Estrada. Ja, ich glaube, das könnte sein, dass bei dir vielleicht Internet, dass das gerade schwach ist und dass er da das blockiert als irgendein Grund. Das könnte mir jetzt, das wäre der Einzige, was ich mir vorstellen kann, ansonsten wüsste ich nichts. Aber es ist wurscht, es ist Szene vorbei, wir sagen quasi Kaffee, aber ich habe noch einen Schluck Kaffee. Patrick, was sagst du? Sag noch was zu den Herrschaften, sag noch was. Sag was. Sag was, dann red doch was ähnliches. Wenn man mich hört, ist es gut. Schön, dass ihr alle dabei wart. Soll ich mir noch einen Kaffee nehmen? Hallo? Jetzt ist er wieder weg. Ich bin nicht da. Hallo? Hallo, hallo. Gut, hierher du. Meine Lieben, es war eine wunderbare Morgenshow heute bei uns. Es war mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen und hören uns morgen auch wieder. Beziehungsweise sehen wir uns vielleicht sogar morgen am Abend beim Konzert der Blues schrammeln beim Hängel Haslbrunner. Schaut bei uns auf die Website, schaut ins Internet, schaut auf Facebook, Instagram. Die Termine sind überall bekannt gegeben. In diesem Sinne, viel Spaß heute noch, bleibt es mal gesund und wir sehen uns und ehren uns. Pfiat euch. Diesen Schlussworten, ja, hänge ich mich an. Schön, dass dabei warst. Bis morgen. Pfiat euch gut. Alles Liebe. Baba. Baba. Baba.